Moin Leute, mal wieder ein neues Video hier am Start. Heute geht es nicht um Habib Bielefeld, ich bin nur spontan in Bielefeld gewesen und da schauen wir uns vielleicht den Laden einmal ganz kurz an, gucken was da für neue Bikes am Start sind. Heute wird das Video gesponsert von Rolling Sinners. Wir machen vielleicht in Zukunft auch ein paar Sachen zusammen, wir werden noch was verlosen. Die Bedingungen gibt es am Ende des Videos, wir werden so ein paar Shirts und ein paar Pullover raushauen. Ich hoffe, das wird euch gefallen. Ja, wer Rolling Sinners ist, guckt euch mal kurz den kleinen Einspann an und dann gehen wir rein und schauen uns mal die ganzen Schätzchen da an. Rein an. Rein an my teeth, I got a lot of shame. Running up the numbers, that's a lot of grind. Trying to take it from me, must be out your mind. I'm Big time I'm Big time Big time I'm Musik Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt einmal ganz kurz hier zu den Dingern, die wir verlosen. Und zwar einmal der Hoodie, der ist in XL mit dem schlichten Logo von Rolling Sinners hier oben drauf in Grau. Dann einmal ein bisschen was mit Farbe. Und zwar ist das einmal hier der Rolling Sinners, das ist so ein bisschen Graffiti-mäßig mit ein bisschen Farbe. Wie gesagt, passt uns ja ganz gut eigentlich. Wir müssen ja nicht immer nur schwarz komplett tragen. Und einmal ein ganz schlichtes Teil, no fucks given, finde ich ziemlich cool. Die Shirts sind in L und der Hoodie ist in XL, wie gesagt. Sieht schick aus und passt zum Harley-Fahren, denke ich, ganz gut. Also, was müsst ihr machen? Ihr müsst einmal, um am Gewinnspiel teilzunehmen, die Seite von HB Bielefeld liken auf Instagram. Dann Rolling Sinners natürlich liken als Sponsor, ist ja ganz klar. Und auch meine Seite und checkt gerne mal auch bitte meinen YouTube-Kanal ab, dass ihr ein Abo da lasst. Und schreibt gerne, was in die Kommentare, was ihr mitmachen wollt. Von daher, bis dann, macht's gut, ciao. Bis dann, bis dann, bis dann, bis dann, bis dann.